Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 9. September 2024, sprechen wir über die Bitcoin-Preise. Ob unter 50.000 US-Dollar noch reell sind, dann sprechen wir darüber, dass Bitcoin vielleicht in den kommenden Monaten schon den Bullrun wieder anzeigen könnte. Wir sprechen darüber, dass die Kryptowelt in Sachen Eigentum nicht wirklich zugenommen, sondern eher abgenommen hat. Und dann noch über das Konzept Vape to Earn in der Kryptowelt. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar sprechen wir über Arthur Hayes, dem ehemaligen Gründer von BitMEX. Er hatte ja gerade Ende letzter Woche noch angekündigt, dass er einen Bitcoin-Short eingegangen ist, weil er davon ausgegangen ist, dass der Preis unter die 50.000 US-Dollar falle. Jetzt hat er gerade letztens wieder getweetet und gesagt, ich habe meinen Bitcoin-Short geschlossen mit 3% Profit und ich glaube nicht mehr daran, dass der Bitcoin-Preis unter die 50.000 US-Dollar fallen wird. Hauptgrund sei unter anderem, dass neue Liquidität in den Markt schon diese Woche kommen könnte und somit der Bitcoin-Preis sich entsprechend erholen könnte. Die Situation ist sicherlich wichtig, dass die Liquidität wieder zurückkommt. Viele Leute schauen momentan auf die sogenannte M2. Das sind die gesamte Geldmenge inklusive der Gelder auf den Bankkonti, die momentan im Umlauf sind. Die zeigt eine leichte Steigung, aber es geht eben nicht um die allgemeine Menge der M2, sondern auch um die Geschwindigkeit, wie die M2 steigt. Denn diese M2 Global Supply bedeutet natürlich auch mehr Liquidität im Markt und mehr Liquidität bedeutet tendenziell mehr Kapital für sogenannte Risk-On-Assets. Das heisst, momentan sind alle Augen darauf gespannt, wie sich der September entwickeln wird. In den letzten Halving-Zyklen haben wir oft auch einen September gehabt, der negativ gelaufen ist. Zum Beispiel 2021 war es minus 7%. Wir sind momentan etwa bei minus 9%. Im Oktober darauf ist dann der Bitcoin-Preis um etwa 39% gestiegen. Das bringt mich zu der nächsten News-Story, denn es gibt auch sehr bullische Leute in diesem Bereich, die ganz klar sagen, Bitcoin könnte auf 100.000 steigen und zwar noch in den kommenden Monaten. Samson Mao zum Beispiel sagt, dass ganz klar der langfristige Aufwärtstrend von Bitcoin trotz den Rückläufen noch immer intakt sei und dass die Wahrscheinlichkeit eines Aufschwungs auf 100.000 US-Dollar weiterhin hoch sei. Jetzt fragt man sich natürlich, woher nehmen sich die Bären, die davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis unter die 50.000 US-Dollar fällt, diese Indikatoren. Er sagt, es gibt keinerlei Zeichen momentan darauf, dass der Bitcoin-Preis unter die 50.000 oder vielleicht sogar 40.000 fallen könnte. Er sagt im Gegenteil, es gibt eher momentan sehr starke Zeichen darauf, dass sich der Bitcoin-Preis so gut erholt, dass wir die 100.000 in den kommenden Monaten schon sehen werden. So auch die Wirtschaftspodcasterin Susa Orman, sie war bei CNBC und sagt ganz klar, Bitcoin könnte durchaus auch wieder Gas geben, weil es natürlich bei den Jugendlichen und bei den jungen Leuten ein sehr beliebtes Asset sei. Sie sagt, dass tendenziell die jungen Leute, die zu Geld kommen, es in etwas investieren, das sie verstehen oder in etwas investieren, das sie fasziniert und das seien nun mal nicht irgendwelche Immobilien oder Aktien, sondern halt Bitcoin. Und genau das sei unter anderem auch der Grund, wieso der Bitcoin-Preis in den kommenden Monaten steigen könnte. Wenn wir die Statistik anschauen, dann sieht es nicht so bullisch aus, wobei diese Statistik eher ein sogenannter Lagging Indicator ist. Also es kommt so ein bisschen im Nachhinein, nachdem man den Bericht gemacht hat. Es geht um die Ownership, also um das Eigentum von Krypto bzw. Besitztum von Krypto. Wie viele Leute besitzen in gewissen Regionen in den USA effektiv Bitcoin? Das hat die Federal Reserve Bank of Philadelphias Consumer Finance Institute am 6. September in Form eines Berichtes herausgegeben. Und da haben sie ganz klar gezeigt, dass im Vergleich zum späten 2022, im Juli 2024, der Wechsel vom Besitztum nicht wirklich gross zugenommen habe. Das heisst, wir sind nach wie vor in einem tiefen zweistelligen Prozentbereich. Das heisst etwas zwischen 15 und 16 Prozent. Im Juli sei dieser sogar 14,7 gesunken. Das, obwohl im Januar 2022 zum Beispiel die Prozentzahl bei etwa 24,6 Prozent gewesen sei. Also trotzdem ein 10-prozentiger Rückgang. Das ist aber zu erwarten in einem Bärenmarkt. Und sehr wahrscheinlich ist in einem absoluten Verhältnis die Zahl gar nicht so stark rückgegangen, sondern einfach die Leute, die sowieso sehr kurzfristig in den Kryptomarkt investiert haben, haben ihre Position eventuell aufgelöst. Jetzt wird es natürlich insofern spannend, wie die Situation sich entwickelt, wenn der Hype-Zyklus wieder anfängt. Denn was wir in den letzten Monaten ganz klar festgestellt haben, ist, dass das vor allem die Meme-Coins und andere Coins richtig durch die Decke gegangen sind, aber neues Kapital nicht wirklich in den Markt geflossen ist. Ich würde behaupten, es war eine ganz kurze Zeit im April, vielleicht im März, wenn welches neues Kapital wirklich in den Markt gekommen ist, spezifisch in die Meme-Coins. Und danach ist dann eigentlich auch nicht viel passiert. Das heisst, der gesamte Solana-Anstieg vom Herbst zum Beispiel bis in den Frühling war sehr wahrscheinlich durch Investoren, die bereits Kapital in dem Markt gehabt haben. Das heisst, wenn dann die Preise gewisser Allzeithochs erreichen und dann idealerweise weiter steigen, erst dann gehen die Preise durch die Decke und nicht vorher. Und das ist schon noch ein wichtiges Indiz dafür, dass wir, wie gesagt, sehr am Anfang eines Bullenmarktes noch stehen. Dann sprechen wir über Vape2earn. Ein Krypto-Projekt möchte den Leuten vor allem das Rauchen abgewöhnen und hat deshalb auch das Vapen quasi auf die Blockchain gebracht. Das Ziel sei unter anderem, und wenn man es ausschreibt, steht Vape2quit Smoking and Earn, also quasi Vapen, um mit dem Rauchen aufzuhören und gleichzeitig Geld zu verdienen in Form eines Tokens. Vapen heisst das Ganze und zeigt so ein bisschen ähnliche Modelle wie Steppen und andere Play2earn oder Drive2earn oder Run2earn-Projekte und ist sehr wahrscheinlich nicht sehr langlebig, aber trotzdem finde ich es immer wieder interessant, wenn unterschiedliche gesellschaftliche Themen auf die Blockchain antreffen, denn genau dann kommt es zum Teil zu spannenden Applikationen. Auch Steppen war so ein bisschen aus dem Gar-Nichts entstanden und plötzlich waren alle mit ihren Steppenhandys draussen am Laufen. Also ich weiss jetzt nicht, wie es beim Vapen oder beim Rauchen ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einer dieser To-Earn-Projekte durchaus durch die Decke gehen könnte. Ob das jetzt Vape2earn ist, das weiss ich nicht. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.